Mehr als 25 Monate führt Russland Krieg gegen die Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Und wir müssen leider beginnen mit schlimmen Aufnahmen aus verschiedenen ukrainischen Städten. Heute Nacht hat Russland wieder massive Raketen und Luftangriffe geflogen gegen ukrainische Energieinfrastruktur. Es wurde ein weiteres großes Kraftwerk in der Nähe von Kiew getroffen und offenbar auch zerstört, aber eben auch zahlreiche zivile Ziele wurden getroffen. Und wir hören einfach mal rein in den Terror von heute Morgen in Poltava. Wir hören die Menschen schreien, die Frauen schreien, teilweise unter den Trümmern, es wurden zivile Gegenden getroffen. Und wir sehen jetzt hier, wie die Überlebenden nach Opfern suchen. Es soll zahlreiche Tote gegeben haben, nicht nur in Poltava, sondern auch in Krakiv, auch in Odessa, auch in Kiew und auch der Westen des Landes. Die Region südlich von Lviv wurde erneut bombardiert. Und wir haben ja tatsächlich auch mittlerweile eigentlich die Bestätigung von zahlreichen ukrainischen Aktivisten, dass die Flugabwehr des Landes so gut wie am Ende ist. Es gibt also einfach keine Möglichkeiten mehr, die russischen Marschflugkörper abzufangen, weil alle westlichen Raketen verschossen wurden, die eben gekommen sind. Weil viele Systeme, auch Radarsysteme im Osten des Landes zerstört wurden. Und wenn das so weitergeht, sagen heute Morgen ukrainische Aktivisten, während wir das noch einmal uns anhören, während wir ansehen zumindest. Wenn das so weitergeht, ist es eben so, dass die gesamte Energieinfrastruktur des Landes zum Erliegen kommt und es eben für Millionen Menschen langfristige Stromausfälle geben wird. Und was das bedeutet, ist ganz klar, neue Flüchtlingswellen aus der Ukraine immer noch leben im Land. Es gibt knapp 40 Millionen Menschen, etwa 35 Millionen Menschen im Land. Und ganz klar, die Ukrainer sagen, wenn die Menschen dort keinen Strom mehr haben, wenn die dort nicht mehr leben können, wenn der russische Terror sie eben in Dunkelheit und in Energielosigkeit bombt, dann werden sie sich aufmachen nach Europa. Insofern, das ist die Situation heute Morgen im Land. Wir können es uns noch einmal auf der Karte ansehen, um eben klarzumachen, es geht hier nicht nur um die, in Anführungsstrichen, nur um die Kriegsregionen, sondern wir haben eben hier aus Kharkiv die Information, dass dort weitergebombt wird. Wir haben hier Poltava gerade gesehen, das liegt hier. Wir haben in Kiew Angriffe gehabt. Wir haben hier südlich von Lviv Angriffe gehabt heute Morgen und auch in Odessa. Und überall sind es eben so viele Raketen und so viele Kamikaze drohen, dass die ukrainische Luftabwehr eben nur einen Teil davon abschießen kann. Und das ist viel zu wenig, um die kritische Infrastruktur und die Zivilisten des Landes zu schützen. Wir wollen jetzt tatsächlich an die Front gehen, in den Krieg gehen im Osten und im Süden des Landes und fangen einmal an mit Bildern aus der Region Terni. Und die sind relativ eindrucksvoll. Die zeigen uns, wie trotz dieser widrigen Umstände eben die, ja, man muss schon sagen, der Heldenmond der Ukrainer eben doch eben noch den Unterschied macht und doch eben dazu führt, dass zumindest die Front noch nicht völlig kollabiert. Terni ja hier in der Region Donetsk. Und wir schauen uns einfach mal Bilder von da an, von einem weiteren massiven russischen Angriff mit elf Panzern, der vorgetragen wurde und der von den Ukrainern erst einmal zunichte gemacht wurde. Wir sehen also hier die Panzer in Anfahrt. Das sind wieder riesige Kolonnen. Und wir sehen jetzt hier die ukrainischen Kamikaze drohen, die über die Panzer erst mal fliegen, sich einen Überblick verschaffen und eben dann natürlich auch in die verschiedenen Fahrzeuge hineinkrachen. Und wir sehen das auch hier immer wieder. Es gibt überall bereits zerstörte Fahrzeuge. Überall gibt es Panzer, Schützenpanzer. Vielleicht können wir das mal ganz kurz markieren, die schon vorher zerstört wurden. Also hier sehen wir die bereits ausgeschalteten Panzer und Schützenpanzer. Und hier sehen wir die Neuen, die sich eben nähern und einfach an ihren toten Kameraden vorbeifahren. Die Russen, man muss es so sagen, haben diese verheerende und völlig rücksichtslose Kriegsführung gegenüber der eigenen Armee und natürlich auch gegenüber dem Gegner. Hatten wir eben gerade gesehen, da wird auch auf Zivilisten gezielt. Und wir sehen eben, wie die Russen versuchen, sich vorzukämpfen und wie sie es eben schaffen, trotz ihrer massiven Verluste mit immer neuen Panzern und immer neuen Schützenpanzern eben doch irgendwie weiter vorzudringen. Und hier sehen wir es auch nochmal ganz gut. Das sind ja wirklich Killingfields, wenn man das sieht. Das sind alles hier bereits zerstörte russische Panzer und Schützenpanzer. Und hier lediglich zwei oder drei Fahrzeuge bewegen sich hier noch und fahren eben durch die Trümmerwüste der eigenen Armee durch. Nichtsdestotrotz, man bewegt sich damit weiter nach vorne und hat es bei diesem Angriff hier fast geschafft, sich Terni zu nähern. Man ist also nur wenige hundert Meter davor aufgehalten worden. Aber am Ende, und das werden wir gleich sehen, gibt es hier eine sehr interessante Szene, nämlich die Ukrainer haben es geschafft, tatsächlich die Speerspitze dieser russischen Panzerformation zu kidnappen, zu entführen. Das sehen wir jetzt nochmal, bzw. wir sehen es gleich. Dieser T-72B3M, ein sehr moderner T-72, ist hier herangefahren. Wir sehen es jetzt hier nochmal. Hier also der T-72B3M, wie gesagt, moderner Kampfpanzer, neben einem BMP-2. Beide sind außer Gefecht gesetzt, können nicht mehr bedient werden von ihren russischen Fahrern, die jetzt versuchen hier zu flüchten. Auch da mussten wir wieder viel rausschneiden, denn diese Besatzung, die sich erst einmal in Sicherheit bringt, wurden danach alle getötet von den Ukrainern. Da ist niemand rausgekommen. Das haben wir natürlich rausgeschnitten, aber gesagt sei es eben, dass die Panzerbesatzung hier das Ganze nicht überstanden haben. Und diese Panzer standen danach da und haben quasi, hier sehen wir es nochmal, haben quasi nur 500 Meter entfernt von Tarni, wenn man so will, darauf gewartet, dass jemand kommt und sich eben die Fahrzeuge dann schnappt. Und wir sehen hier auch ganz gut drauf, ich hoffe man kann es erkennen, dass der Panzer der T-72B3M einen sehr großen Gemma da drauf hat. Das ist eigentlich elektronische Kriegsführung, jetzt sehen wir es vielleicht besser. Ja genau, jetzt sieht man es nochmal, gegen Drohnen. Das hat aber alles nichts geholfen. Wir haben gesehen, dass verschiedene Drohnen da eingeschlagen sind. Und jetzt wird es Nacht in der kommenden Nacht und dann kommen ukrainische Soldaten. Man kann es sich wirklich kaum denken. Hier kommen sie, angeschlichen eben, sind entlang dieses Waldes hier gelaufen und schnappen sich jetzt den Panzer und fahren den zu den eigenen Reihen, um zumindest einen weiteren Kampfpanzer eben zu haben. Jetzt gehen sie hier rein in den T-72B3M und schaffen es, den irgendwie wieder anzumachen, fahren an den zerstörten BMP-2 vorbei und fahren dann wirklich zu den eigenen Linien, klauen den Russen ihren Panzer, den toten Russen muss man sagen, und fahren den eben bis nach Tarni. Wir sehen auch, wie schnell das jetzt geht. Es war jetzt gleich ein bisschen Zeitraffer, aber es sind tatsächlich nur 500 Meter bis nach Tarni, die es eben braucht. Und jetzt sehen wir es, hier sehen wir es, hier kommt der Panzer rein und hier beginnen die ukrainischen Linien, wo eben die Verteidigung des Dorfes Tarni vonstatten geht. Jetzt fährt der Panzer da rein und wir haben auch gleich noch frohe ukrainische Soldaten, die natürlich sehr stolz darauf sind, die beiden hier. Die haben das gemacht und die sind da reingefahren und haben sich den russischen modernen Kampfpanzer geschnappt. Das Ganze ist so eine kleine Heldengeschichte in einem Krieg, der natürlich, wenn man sich das Gesamte ansieht, allein vom Heldenmut nicht leben kann und trotzdem eben die russische Überlegenheit so stark ist, dass selbst solche kleinen Erfolgsgeschichten natürlich schön sind zu erzählen, aber natürlich das große Kriegsgeschehen nur wenig beeinflussen. Wir wollen weiterschauen von Tarni in Richtung Chassivyar. Chassivyar ist ja eine weitere ukrainische Stadt, die von den Russen versucht wird zu erobern. Wir können das erstmal uns angucken hier auf der Karte. Auch dort versuchen die Russen eben, nachdem sie Bachmut erobert haben, ja bereits im Mai letzten Jahres jetzt die nächste größere Stadt Chassivyar hier unter ihre Kontrolle zu kriegen. Und wir sehen, sie sind sehr nah dran. Sie, das ist nochmal die Stadt, sie befinden sich hier sehr nah bereits am Stadteingang. Was wir aber jetzt gleich sehen, sind Aufnahmen aus dem Dorf Ivanivske. Und Ivanivske ist auch mittlerweile zum größten Teil unter russischer Kontrolle. Und wir sehen aber hier am Ausgang von Ivanivske, wie dort eine Brücke den Russen zur tödlichen Falle wird. Nämlich diese Brücke wurde gesprengt von den Ukrainern. Da gibt es ein großes Loch drin. Das heißt, die Russen müssen sehr vorsichtig über diese Brücke fahren. Und wir sehen jetzt gleich, wie die Ukraine es eben schafft, aufgrund dieser Sperre dort, wenn man so will, dieser kaputten Brücke eben doch ein ziemliches Massaker mal wieder unter russischen Panzerfahrern anzurichten. Wir schauen uns das jetzt hier an und sehen uns an, ich hoffe mal, man erkennt es hier unten, also die Brücke. Hier dann der Fluss, der so durchgeht, dieser kleine Fluss, der da eben lang geht. Und vor der Brücke, und wir sehen das auch ganz gut, die Löcher, die in die Brücke reingesprengt sind. Vielleicht nur da ganz unten sehen wir es. Hier ist ein Loch reingesprengt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da. Und hier ist ein zweites Loch reingesprengt. Und davor gibt es sozusagen diesen Panzerstau. Und wir sehen, wie massig hier russische gepanzerte Fahrzeuge bereits direkt vor der Brücke versucht haben, außen rum zu fahren, irgendwie rüber zu kommen und eben dort zerstört wurden. Und das passiert tagtäglich. Dieser Angriff hier soll angeblich fünf Stunden gedauert haben der Russen und hat dann zu der Vernichtung von sieben Panzern und gepanzerten Fahrzeugen geführt. Hier sehen wir weitere, die eben alle auf dieser Straße liegen, alle, wenn man so will, in diesen Stau hineingekommen sind und dann eben dort zerstört wurden. Ab und zu sehen wir auch kleine Geländefahrzeuge. Das sind wahrscheinlich ukrainische, die bereits früher verloren gegangen sind. Aber die großen, schweren Fahrzeuge, so ist es leider in diesem Krieg, gehören zum allergrößten Teil der russischen Armee. Wenn wir von großen, schweren Fahrzeugen sprechen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, und das ist auch ein Faktum, was kein Widerspruch ist, dass die Russen trotzdem Probleme eben auch haben, Fahrzeuge an die Front zu bekommen, auch wenn sie es weiterhin tun. Und deshalb eben dieses kleine Fahrzeug hier eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Hier sehen wir eben dieses kleine Golfauto, dieser Desert Cross. Und das sind ganz neue Aufnahmen, die eben zeigen, wie der Desert Cross 1003, so heißt dieses kleine Fahrzeug, kostet nur 16.000 Euro, wurden über 2.000 Stück in China eingekauft, wie der nicht mehr an allererster Front jetzt eingesetzt wird. Da haben die Russen extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Da sind ja hunderte Soldaten bei gestorben, bei Angriffen darauf, aber eben zur Versorgung der russisch besetzten Gebiete. Und hier sehen wir, wie bereits hier ein BMP-2 eben zerstört liegt und das kleine Fahrzeug versucht sich jetzt daneben so ein bisschen in Deckung zu bringen. Wir sehen gleich, wie die russischen Soldaten Essen abwerfen für ihre Kameraden und dann aber eben doch angegriffen werden von der ukrainischen Kamikaze-Drohne. So also die Situation hier in Tonenke übrigens, ein Ort eben, ja, jetzt sehen wir es, wie da Vorräte, wahrscheinlich Essen, das sind Tüten und Säcke abgeladen werden. Und jetzt sehen wir aber auch, wie eben die ukrainische Drohne ja da kurzen Prozess macht und eben diese beiden Fahrzeuge direkt hintereinander stehen. Also da, wir sehen es auch jetzt mal den größten Unterschied, da also der BMP-Schützenpanzer und da dieser kleine Desert Cross, der direkt davor steht, wie dieses Fahrzeug hier zerstört wird. Das Ganze interessant auch hier mit Drohnen, die mittlerweile doch eine Art KI drin zu haben scheinen. Also gucken, wo sind hier die Ziele, wir haben es eben auch schon gesehen, diese kleinen grünen Punkte, wenn sich was bewegt. Das heißt, die Ukrainer scheinen hier auch KI zu benutzen, um eben zu sehen, was sind denn noch Ziele, die wir brauchen und beziehungsweise die wir angreifen könnten. Wir sehen jetzt hier auch diese kleinen Symbole, wenn das mal, ich hoffe, man erkennt das. Das zeigt hier tatsächlich an Feuer und das daneben zeigt an gepanzertes Fahrzeug. Das heißt, die KI scheint hier schon einen Unterschied zu machen zwischen brennenden Fahrzeugen und nicht brennenden Fahrzeugen und hilft so den Soldaten eben weitere Ziele zu identifizieren. Gut. Das ist also die Situation in Tonenke. Auch das können wir uns noch einmal ansehen. Tonenke ja einer der Orte, der eben westlich von Avdivke erhobert wurde. Tonenke hier und da eben auch im Zentrum der Stadt. Dort wurden gerade diese Aufnahmen gemacht. Und wie wir hier sehen, ist das ja schon etwa ein Kilometer hinter der Front. Das heißt, die Russen dachten, sie könnten eben die Versorgung ihrer eigenen Truppe eben dort auch mit diesem überhaupt nicht gepanzerten Fahrzeug vollziehen. Das Essen ist auch angekommen. Das haben wir ja gesehen. Die waren nicht mehr da, die Soldaten, weil es natürlich auch noch ein bisschen Zeit braucht, ehe eben die Kamikaze-Drunden dann auch zum Einsatz kommt. Aber zumindest das Fahrzeug konnte hier zerstört werden. Wir wollen weiterschauen ein bisschen weiter nach Süden und zwar auch in den Raum Donetsk und zwar nach Krasnohu-Rivka. Da fangen wir einfach mal mit dem Video an. Dort haben wir in den letzten Tagen berichtet, dass die Russen mit einer sehr waghalsigen Kommando-Aktion, in der insgesamt etwa zwölf Panzer- und Schützenpanzer drei Kilometer Feld überwunden haben, um dann eben, wir sehen es hier, die südlichen Stadtteile von Krasnohu-Rivka zu besetzen, dass dort die Russen sich festgesetzt haben tatsächlich. Wir sehen jetzt mal zwei Aufnahmen von zwei verschiedenen Tagen. In der ersten sehen wir von einer ukrainischen Drohne gefilmt, wo hier zwei Hamvis ankommen und die Ukrainer eben versucht haben, mit den wenigen Soldaten und Menschen, die sie haben, dort die Häuser wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Das heißt, man wusste so etwa, wo die Russen sich versteckt haben, die abgesetzt wurden. Das wären einige Dutzend gewesen sein. Und man geht jetzt hier mit so einer kleinen Truppe rein. Wir sehen das jetzt hier, die Hamvis setzen ihre Leute ab. Der Schütze hier oben im Turm von dem Hamvis, der schießt auch parallel eben in die Richtung. Der zweite ist hier rechts zu sehen. Auch von hier wird quasi geschossen, während die Soldaten das klären sollen. Aber die müssen sich gleich zurückziehen, denn Russland ist hier auch, wie wir schon gesagt haben, völlig hemmungslos gegenüber der eigenen Truppe. Und vollzieht jetzt hier Luftangriffe auf dieses Gebiet, weil dort eben die ukrainischen Hamvis sind, obwohl die Häuser nach russischen Soldaten durchsuchen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier auch russische Soldaten getroffen werden. Jetzt sehen wir das da oben. Da oben sind also die Hamvis, die sich jetzt gleich in Richtung Westen zurückziehen. Und ich glaube, hier sieht man das ganz gut. Hier also der Hamvi, der hier gerade fährt. Und wir sehen jetzt gleich die Explosion, die direkt neben ihm erfolgt. Das nämlich. Das ist ein russischer Luftschlag, so sagen es zumindest russische Blocker. Allerdings, die beiden Hamvis haben es rausgeschafft. Das ist vielleicht die einzig gute Nachricht, die wir haben. Da oben sehen wir sie. Hier einmal zu sehen. Ich glaube, da und da. Oh, nicht ganz sicher. Aber ich glaube, da und da waren es. Die beiden Hamvis zu sehen. Wir können uns mal darauf konzentrieren. Genau. Da fahren sie dann wieder raus aus dem südlichen Teil und überlassen es dann den Russen. Am Tag darauf dann ein anderes Bild, während wir hier nochmal die brennenden Trümmer sehen aus Kasnohorivka. Kasnohorivka, nämlich am Tag darauf dann dieses Bild. Nicht mehr die Russen fliegen Luftangriffe auf Kasnohorivka, um dort die Ukrainer zu vertreiben, sondern die Ukrainer fliegen Luftangriffe auf Kasnohorivka, um eben die Russen dort ja nicht weiter vordringen zu lassen. Das Ganze, wie auch jetzt gerade gesehen, von einer ukrainischen Drohne gefilmt. Aber jetzt werden die großen Wohnhäuser, in denen ja zum Beispiel dieses, in denen die Russen ja Unterschlupf gefunden haben und unter Umständen auch über Nacht verstärkt wurden, werden jetzt von ukrainischen Luftangriffen ins Visier genommen. Und das Ganze natürlich eine fatale Situation mal wieder für die Ukraine, die eben ihre eigenen Städte bombardieren muss, damit die Russen sich da nicht so schnell voran bewegen können. Das Ganze, wie gesagt, ja, schlimme Aufnahmen aus dem Westen von Donetsk, die uns aber einmal zeigen, dass auch dort es die Russen geschafft haben, mit ihrer extremen Überlegenheit, was Masse angeht, also was Menschen und Material angeht, dass man es eben geschafft hat, dort weiterzukommen und dort eben jetzt in der nächsten Stadt Fuß zu fassen. Noch einmal kurz auf der Karte, um das Ganze zu verstehen. Krasnoy Rivka ist die wichtigste Stadt neben Maringa vorher noch gewesen, westlich von Donetsk, die eben über viele Jahre unter ukrainischer Kontrolle war, während Donetsk ja schon von den Russen besetzt war. Maringa ist mittlerweile komplett russisch erobert worden, aber Krasnoy Rivka noch teilweise nicht. Und hier haben es eben die Russen geschafft, mit ihrer sehr draufgehenden Strategie eben diese drei Kilometer hier am letzten Wochenende zu überwinden. Man hat fast die Hälfte der Panzer dabei verloren und trotzdem hat man es geschafft, sich dort festzusetzen. Und nun ist es eben die Frage, ob es den Ukrainern gelingt, mit schweren Luftangriffen, wie wir jetzt sehen, auf die Krasnoy Rivka die Russen zu vertreiben, oder aber ob auch diese Stadt Stück für Stück dann an die russische Armee fällt. Zuletzt wollen wir uns Aufnahmen ukrainischer Langstreckendrohnen ansehen. Was haben wir in den letzten Tagen immer wieder gesagt? Dass die Ukraine ja in Form des Geheimdienstes, aber auch in Form anderer Einheiten hier Langstreckendrohnen einsetzt. Diese hier wird 23 Kilometer hinter der Front eingesetzt und zwar gegen ein elektronisches Kriegsführungssystem der russischen Armee vom Typ R-78b. Und das sehen wir hier, wie es angepeilt wird. Und wir sehen einmal mehr, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dass wir dieses rote Viereck haben und dieses kleine weiße Zielkreuz da drin haben. Und das ist eben ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit einer sehr modernen Drohne zu tun haben, die eben eine ständige, mit Computern vollzogene Abgleichung ihres Steuerkurses und des Ziels eben vornimmt. Und das ist diesmal keine U-Ko-Lunset, die wir gestern vorgestellt haben, also keine RAM-X, diese ganz neue nachgebaute Drohne, die vorher bloß die Russen eingesetzt haben, sondern das ist eine RAM-2, die wir jetzt gleich im Zielanflug auch sehen aus einer weiteren Perspektive. Hier also erstmal der Zielanflug der RAM-2 selbst. Wir sehen, wie sie immer näher kommt und wie sie dann am Ende auch dieses System zur elektronischen Kriegsführung hier ganz genau trifft. Und jetzt sehen wir es aber von einer Überwachungsdrohne und wir können es uns mal ansehen. Jetzt wird es nochmal kurz dargestellt, um was es sich hier handelt. Die Ukraine wollen ja auch belegen, dass sie die nicht umsonst einsetzen, die Drohnen. Und hier unten sehen wir es jetzt, können uns mal darauf konzentrieren schon mal, von da kommt sie gleich. Das ist die RAM-2, die sich diesem Kriegsführungssystem elektronischer Art nähert und dann auch einschlägt. Und wir sehen relativ gut, dass diese Drohne, hier sehen wir es auch, sowohl im Original als auch da unten im Schatten, dass die eben nicht acht Flügel hat, wie die RAM-X oder Lancet, sondern dass die nur zwei Flügel hat, also eben eine andere Bauart ist. Aber auch die trifft hier ihr Ziel ganz genau und kann somit zumindest zu Schaden führen an diesen russischen Kriegsführungssystemen. Insofern, die Situation in der Ukraine bleibt dramatisch. Dramatisch vor allem für die ukrainische Streitkräfte als Ganzes und natürlich genauso dramatisch für einzelne russische Soldaten, die zu Hunderten weiterhin jeden Tag geopfert werden, damit dieser Mann, Wladimir Putin, sein Ziel erreicht und sein Nachbarland komplett vernichten oder unter seine Kontrolle bekommen kann.